Ich weiß, dass manche schon mal hier waren, aber für die Neuen weise ich auf ein paar Regeln hin. Also erstens, geht nicht eigenmächtig in die Reihen, okay? Wartet, bis wir euch verteilen. Zweitens, schneidet immer links. Niemals rechts, okay? Ach, wirklich? Entschuldigung. Entschuldigung, ich... Das ist ziemlich wichtig, was ich gerade sage. Man muss immer links schneiden, ja? Und dann... Genau, nichts anfassen, was verbrannt aussieht. Diese roten Stellen nicht abschneiden. Ja, und die Geiztrauben bitte auch nicht, ja? Was sind Geiztrauben? Die Geiztrauben sind... Geiztrauben sind... Alles, was da oben wächst. Das sind so kleine Minitrauben, die nicht abschneiden. Lasst sie dran, die sind noch nicht reif. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure Teamleiter. Da hätten wir Marcel, Didier, Vincent und Jean-Michel. Gut, und noch was. Also es ist... Es ist ein bisschen speziell für uns drei dieses Jahr, weil... Wir haben... Wir haben gerade... Ich meine, wir drei haben unseren Vater verloren. So ist das. Aber gut. Wir... Wir versuchen unser Bestes. Und ja, es wird... Es wird gut laufen. So, also ich wollte... Ich wollte euch allen nur eine gute Lese wünschen. Gut. Fangen wir an. Jeder schnappt sich einen Eimer und eine Schere. Borson, du teilst sie an. Wer hat noch keine Schere? Wer hat noch keinen Eimer? Warte. Warte, 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 warte. Nicht den Trieb abschneiden. Zuerst entblätterst du sie ein bisschen, ja? Machst die Blätter ab, damit du besser siehst. Und dann schneidest du da, was grün ist. Jetzt du. Genau. War gekostet? Nein. Kostet. Gut, dann. Mhm. Also, dann... Danke. Will ich mal das aufessen? Bis nachher. Bis nachher. Räger, bitte. Räger. Ich komme. Ja, schon gut. Ich hab doch gesagt, ich komme. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Ja, schon gut. Zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020